Pack Battle, machen wir weiter mit Pack Battle, auf geht's. So, schnick, schnack, schnuck. Ich hatte gehofft, es hat gar nicht gereicht. Immer drei am Stück. Gewinner legt die Reihenfolge fest. Warum am Stück? Am Stück. Gewinner legt die Reihenfolge fest. Sag, du die ersten drei, du weiter. Schnick, schnack, schnuck. Alles. Schnick, schnack, schnuck. Schau raus. Schnick, schnack, schnuck. Raus. Schnick, schnack, schnuck. Du legst fest. Die ersten drei, ich mach die nächsten drei. Dann Prowski und dann Bossio. Okay. Prowski. Geht um den Handschlag, ne? Geht um den Handschlag. Von jedem einen, ne? Ja. Kann aber lang kein Walkout, ne? Das ist immer so ein Ding. Timo, machen wir noch ein Mundstück. Sind das für Facts? 25er. Boah, dein Furz kommt aber grad ganz schön rüber. Kommt drüber? Ja. 82, melde dich an, offiziell. Ein guter Freund, würd's sagen, hat eine gute Reichweite, dein Furz. Reichweite ist immer wichtig. Ja, die Reichweite ist immer wichtig. Ja, die Reichweite ist immer wichtig. Kommt. Walkout. Pushtig. Richtig geil. Sorry, Bruder. Heute nicht. Gut, kann nicht besser werden. Da kann alles mögliche drin sein. Schwach, Bruder, ne? Schwach. Das Pfeife ist halt auch, on point. Ja gut, 82 ist mir schon scheiße. Ist schon scheiße. 82 ist richtig scheiße. Aber eigentlich ist es gut, weil 82 ist gut. Weil da werden nicht viele Walkouts dabei sein. Ja, wenn die Tafel kommt, Digga, 84 erreicht. Aber die Tafel ist seltener wie Urschloch. Ich glaub schon. Aber Timo hat ja heute schon alle Handschläge passiert. Aber ich hab's lange nicht gemacht im Beisein von anderen. Ich muss mal wieder. Urschloch! Entschuldigung. Schön. Wer sich traut, Urschloch lauter zu sagen. Urschloch! 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 Ach, 81, ja? Aber 82? Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass ich das Ding nicht verliere. Ich würd gerne drei Wochen am Stück keine Walkouts. Jaaaa! Da ist er doch! Ich darf mir irgendwas am Boxautomaten. Da ist er doch! Nee. Mesti. Walkout ist abhängig. Ipala. Wird abgezogen. Nix. Ist Plus... Bei Info-minus... Info-minus-3, oder? Jaaa! Eigentlich schon bei Pack-Metal. Tröss ich tot, Plus 4? Plus 3? Edim, Junge! Bro-Scream-Bro-Hot-Neuerhaus. Bro-Ski trifft den Boxautomat sowie Benji, die Spieler beim SBB. Eh, Block-Night-LP-Hot zu eraus. Grüße gehen raus an meine Bosse, Gamer-Pater und Bossio. Gwister, Bester Mod. Okay, wow! Nimm mich doch mit! Die 86. Das war dein letztes Pack, ne? Ja, Broski ist der dritte. Ein geiler Controller. Ah, bitte ne, das ist unser Heiligtum. Alter, was ist das denn? Was? Ist das ein Sexspielzeug, oder was? Mega geil, oder? Ganz wild. Ist eigentlich gedacht wie die Eichel, von so einem Trufstolbe. Das wäre immer besser in FIFA, wenn du das hättest. Du hast weggedrückt, ne? 80, ja. 82. 80 wurde angezeigt. Das ist immer der seltene angezeigt. Weil der Duplikat ist. Ja, hat's weggedrückt, ja. Es ist wirklich 80. Das hier sind die 3 seltenen vom Pack. Ja, und die wurden dann angezeigt. Die haben nicht gegönnt, Digga. Warum hast du auch weggedrückt? Es ist mir scheiße. Walkout. Ja, ich seh's, gute Walkout. Drück bitte nicht weg. Ist doch 82, ja. Es war 82, natürlich. 81, uff. Natürlich war's 82. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ey, siehst du, es sind immer 3 selten im Pack. Ja, hab's aber nicht gesehen. Sorry, Bruder. Du hast doch schon ne Brille, Bruder. Ja, wär's dir nur ne Unentschieden. Wär nur ne Unentschieden. Aber wegdrückt ist halt eigentlich... Ja, bei Unentschieden, jeder ein Pack am Ende nochmal, ne? Ich bin voll gebildet, Bruder. Ja, ich weiß. Aber auch Abi. Aber da ist ja eh vorbei. Hier alle Diskussionen, Bossio, hier. Oh, Timo. Wichser, warum gibt's Timo? Was willst du für ein 31er Bastard? Es waren lange keine Packs. Hoffentlich bleibt deine Schmierschiss bestehen, Alter. So, komm. Darf ich das öffnen? Mach, komm. Nee, weil das bei dir offenbar kann man nicht öffnen darfst. Brauchst du nicht mal, dass du es hier öffnen darfst. Du Wichser, Alter. Hängt auf die Tiere, Alter. Alter, was ist nicht wieder für ein ekliger... Eigentlich gewonnen, ne? Ja, fisch durch. Tots ist was? Plus 8? Plus 3. Warte, warte. Boah, gutes Ding, Alter. Hat er Reichweite? Der hat Reichweite, Digga. Digga, der hat Reichweite. Ja, Digga, ganz ehrlich, ein Pack reicht. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr. Ja, ich brauche nicht mehr. Bei mir ist das lang so eine Cool-Aufnahme. Wie viel kostet du, wenn man mit deinem Ohrschloch reicht? Boah, Digga. Boah! Ich habe voll im Schatten, Alter. Digga, mein eigener Sch... Digga! Was ist los mit mir? Digga! Wer, wer, wer seid ihr? Boah, was ist das denn? Zwei Packs, zwei Kotz, ich schläge ab. Ich höre auf, es reicht. Mach weiter. Nee! Digga, man muss gehen, wenn's gut ist. Mach! Jungs! Boah! Kipp mal das Fenster vorne! Reicht, reicht. Reicht einfach. Es reicht einfach. Ich habe hier meine 30 rein, danke. Mach du mal das. Boah! Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Nee? Nicht? Okay. Ach du Scheiße, ist hier ein Mock drin. Ja, sorry. Pack die Hände nochmal. War zu viel gewesen. Boah! Reicht, Digga. Reicht. Aber nochmal ne Tafel, Digga. Reicht. Hab ich quasi dreimal gefickt. Reicht, Bruder. Ich geh als letztes. Ich geh als letztes. Ja, nach der Reihenfolge. Ich fang an, dann Bros gehen, ne? Reicht, Bruder. Reicht. Leg ab. So. Geh doch. Ja, aber das ist asozial, weißt du, einfach hier hinzukommen. Oh, einer, wenn du dich bewegt, kommt so ein Schein-Smog aus dem Sofa. Wir sind's gewohnt von Benji. Was meinst du, wenn der da ist? Zwar ein kleiner, ekliger. Oh, und guck mal, wie er sich heute profiliert, ne? Hier. Bei uns gibt's gar nichts, da sind wir alles. Okay, weiter geht's, oder? Ganz echt? Ja! Ja! Wär zwei Tots und eine Tafel zieht der Dackel aus. Das riecht einfach nach Hundescheiße. Ja, der ist selber noch reingekackt, oder? Das riecht einfach nach Hundescheiße. So, geht's weiter, Schnick, Schnack, Schnuck, ne? Was haben wir in acht Stück? Da kommen so kleine Knödel raus, wie bei der Hase. Jeder zwei. Mit der Reihenfolge festlegen. Ja. Gewinner darf doch bestimmt, oder? Nichts. Schnick, Schnack, Schnuck. Alles. Schnick, Schnack, Schnuck. Zack, Zack, Zack. Simon, die Erste. Du Wichser! Weißt du, das ist richtig ein Dreisiger. Dann mach ich. Dann Boss wird am Brossier. Das ist mir überhaupt nicht gegönnt, Alter. Kann nicht. Kann nicht. Ja. 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 Was ist mit eurem Chinesen-Große? Oh! Digga. Mach's Halshubel! Digga. Geil. Ich find's geil. Ich find's nicht geil. Ich find's amok. Boah! Oh! Nehmt meine Nase, Jungs, ey. Geiles Ding, ey. Das riecht nach Verwesung, ey. So'n Wichser, ganz ehrlich. Das ist ein Walk-Outer, ruhig. Wenigstens ein dickes Pack. Ja, 83. 84. HALT! 84! Das gehört lange, ne? Das reicht. Das riecht nach Hundekacke. 1 zu 1. So riecht Hundekacke. Digga, so riecht... Aber Gypsy ist schlimmer. So riecht Hundekacke. Der saugt ohne an Bruder. Ah! Gefilterte Scheiße. Gefilterte Hundescheiße. Was ist, wenn er rot läuft, dann das Luft nicht gut läuft. Ja! Ey, der wird immer roter! Bei ihm ist er schon schwarz, Alter. Da geht's nicht einfach aus. Das ist einfach nur so'n Scheiße auf dem Weg. 85 hat er schon. JA! Ich brech dir die Hand! Egal wer von euch dran ist, ihr habt so festgeschlagen. Ich mach sie kaputt. Ich mach sie kaputt. Ist in Ordnung. Meine Hand hat lange nicht immer bekommen. Die wird immer stärker, ne? Ich muss immer nach 100 fahren. Shit, Alter hat einfach ein 85er. Wer ist jetzt? Gut, ne? Sorry Brodski. Ich würde aber gerne ihm die Hand eigentlich zerdonnern. Ich mag euch alle, ich würde euch ungern schlagen. Ja, ich hab's gemerkt. Die richtige taktische Aussage hier. Ja, ich hab's gemerkt. Vielleicht wär's gar nicht so schlecht, wenn du bekommst. Weil dann wird deine Hand stärker. Dann kriegst du die noch mehr. Ja Brodski ist einfach komplett gefickt dann. Mach ich morgen nur noch so. Wichtig, wichtig. Gleichstand. Gleichstand. Ich bin grad hier komplett fokussiert, aber egal. Bruder, ganz entspannt. Egal, Brodski muss verkacken. Mir geht's super. Mir geht's super. Wir könnten, denke ich, die Hände brechen, dann packst du morgen keine nach 100 mehr und dann ist alles gut. Ist so. Ich pack die auch so nicht, also von daher. Alles super. Ich weiß nicht. Ich glaub's noch an mich. So ein Goldschlag. Okay, okay. Gleichstand. Ich brauch gleich erstmal einen Goldschiss. Geh mal machen, ey. Das arme Sofa. Jetzt müssen wir beten, alle. Jetzt müssen wir nicht beten. Oh nein. Wir müssen echt beten, dass einfach Brodski verkackt. Ja. Brodski, bitte mach nen Walkout, Bruder. Mach nen Walkout, Bruder. 45er sind scheiße. Warum hat jeder so ein dickes Pack? 83, bitte. Ist natürlich ärgerlich. Boah. Mach nen Walkout, Mann. Ist ärgerlich. Das letzte Pack, Digga. Hallo, doppel 83. 10er. Hallo, Bruder. 10er. 10er. Puschtig. Plus 2. Das könnt lange, Bruder. Alle 4 gleich. Alle 84. Scheiße. Du hast doch 85er. Ja, aber egal. Wir müssen alle in die Entscheidung. Ins Stechen, Digga. Nehmen wir auch noch ne nächste Sets, oder? Ich hab mir gedacht, du hast so nen 78er in Formel direkt. Nehmen wir mal 15 oder den nächsten? Guck mal, was ist noch am Start jetzt? Von denen können wir noch mal einer machen hier. Hier können wir noch mal ein ganzes Pack-Battle starten. 15er, ne? Nach der Reihenfolge ich, Bossio. Ja, ja. Kommen 15er, die hab ich noch nie im Stich gelassen. Wichtig, Digga. Wichtig. Jetzt Hauptsache kein Non-Rare, Alter. 80. 80 ist aber noch knackbar, aber... Aber so ein Non-Rare 80 geht halt auch, oder? Komm. Non-Rare ist immer fast besser aus Szene. Ja. Miese Zeile. Komm schon, Digga. Mit den Sexen noch da dran oben, ey. Die sind gut. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Miese Zeile. Ja! Ganz miese Zeile, Digga. Ganz miese Zeile. Ich brech Bossio die Hand. Du auch? Ganz miese Zeile. Dann, ich nehm den Mittelknochen, du. Ganz miese Zeile, Digga. Shit. Bitte, bitte, Browski, mach jetzt was, Browski, bitte. Browski, bitte. Ich will Bossio geben, bitte. Browski, 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 bitte. Ich glaub, ich hab verkeilt. 76. Jaaaa! Ich hab an mich geglaubt, weißt du. Wer legt vor? Kleine Folge, ne? Ja. Die zuerst. Jetzt wird eine Hand gebrochen. Wir hatten angefangen. Wie die auf einmal so motiviert sind. Egal, die zuerst. Ich weiß nicht. Keine. Komm, Hand raus. Full Clem ist da? Ja. Digga. Setz die Hand so tiefer. Setz die tiefer dazu mehr. Gib alles, Bruder. Gib alles. Er nimmt's wie ein Kerl, leider. Das ist tot. Boah! Der hat so wehgetan, Bruder. Der hat so wehgetan. Kann ich auch einfach furzen? Oh, gut. Gute Runde. Gute Runde. Gute Runde. Macht Spaß. Keine Mime. Ein MMA-Fighter kennt keinen Schmerz, Digga. Schmerzen Sie eine мышi. Und wiederCUlt sie. Bis zum nächsten Mal.